Wenn eine Frau nicht reflektiert, was sie da tagtäglich an Botschaften an ihre Männer zu Hause tut, dient sie dem Unlicht, ohne dass sie es sich überhaupt bewusst gemacht hat. Der Hauptgrund, warum ein Mann eine Frau wirklich zu Frau nimmt, ist nicht, weil er sie primär sexuell begehrt oder weil die sich unglaublich stark verliebt haben, sondern der Hauptgrund, warum ein Mann eine Frau wirklich heiratet und zu seiner Frau nimmt, ist... Und heiße dich vom ganzen Herzen willkommen zu unserem heutigen Talk zum Thema Dating, Beziehungen und was da draußen in der Welt tagtäglich passiert, ohne dass es den Menschen eigentlich bewusst ist, was da tagtäglich um sie herum passiert. Und viele sich das auch, glaube ich, gar nicht bewusst ausgesucht haben, sondern bestimmte Muster bei sehr, sehr vielen Menschen unbewusst wirken und diese Muster durch sie die ganze Zeit unreflektiert arbeiten und so viele Menschen irgendwie das Gefühl haben, meine Beziehung, die ist noch nicht so, wie ich es mir gerne hätte, aber ich weiß nicht, wie es besser geht. Liebe Frauen, gleich eine Warnung an euch. Das, was ich gleich erzählen werde, das wird tendenziell euch treffen und mit Sicherheit auch Schmerzen wehtun, aber wie du sicher schon bemerkt hast in deinem Leben, wenn du ins Fitnessstudio gehst und dort trainierst, dann ist es nicht ohne Schmerz möglich, sondern Muskulatur wächst jedes Mal, wenn man neue Reize setzt. Und das heißt, ich werde einige Dinge erzählen über das weibliche Verhalten, ich werde einige Dinge erzählen über das, was Männer definitiv besser machen können und das heißt, alles, was da jetzt gleich von mir kommt, betrachte das bitte als möglicher Impuls, als Persönlichkeit zu reifen, stärker zu werden. Okay. Punkt Nummer 1. Frage in die Runde. Was haben Frauen im Vergleich zu Männern das, was Männer überhaupt nicht haben? Also Frauen haben ja etwas, das das, was Männern absolut fehlt. Und nein, ich rede jetzt nicht von den unterschiedlichen Geschlechtsorganen, ich rede auch nicht von dem weiblichen Busen oder längeren Haaren, die die meisten Männer nicht haben, sondern ich spreche von etwas, was auch das Portal zu der Parallelwelt sehr, sehr häufig genannt wird. Und das ist die Gebärmutter. Und in dieser Gebärmutter entsteht ja, oder hat die Möglichkeit, fast jede Frau, wenn sie von Geburt an gesund ist, jede Frau hat die Möglichkeit, dieses neue Leben in ihr durch sie entsteht. Das heißt, eine Frau steht permanent im Laufe ihres Lebens zwischen diesen zwei Welten, zwischen der irdischen und zwischen der spirituellen Welt. und dadurch glaube ich auch aus spiritueller Sicht, jetzt ohne auf die Hormone zu schauen, dass sehr, sehr viele Frauen sehr, sehr viel mehr wahrnehmen und fühlen können, weil sie auch stärker angebunden sind. Das heißt, eine Frau hat die Möglichkeit, dass durch sie ein neues Leben entsteht und das ist das, was Männer nicht in ihrem Inneren spüren. Und jetzt eine Million Euro Frage, spürt eine Frau unbewusst, dass sie, wie soll ich das nennen, ein schwarzes Loch in sich hat und dadurch, durch sie ein neues Leben jederzeit entstehen kann? Natürlich. Und jetzt ist die Frage, wie geht eine Frau damit um? Was sind dann die unbewussten Mechanismen, die durch eine Frau in dem Fall wirken? Was macht sie dann? Die meisten Frauen nichts. Warum? Chaos. Absolutes Chaos. Das heißt, du spürst diese Nervosität, du weißt nicht, woher das kommt, du fühlst dich komplett ausgeliefert, dann kommen noch die Hormone mit dazu und du spürst diese unglaubliche Unsicherheit in dir. Und jetzt ist die Frage, wonach sehnst du in diesem Augenblick dich am allermeisten, wenn du dieses permanente Unsichere in deinem Feld spürst? Das Gegenpol, die absolute Sicherheit, die Ruhe. Wenn wir jetzt so ein praktisches Experiment mal machen und die Frauen, liebe Frauen, denk mal darüber nach, wie oft hast du dich in den letzten vier Wochen unsicher gefühlt? Wie oft hast du in den letzten vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen das Gefühl habe, vielleicht dich unsicher zu fühlen? Vielleicht, weil du abends alleine unterwegs bist und dann am Parkplatz das Gefühl hast, da jemand dir heimlich hinterherläuft oder du bist alleine auf der Straße unterwegs, vielleicht durch die Stadt und merkst, da verfolgt dich ein Auto oder du denkst, dass das Auto dich verfolgt. Also jedes Mal, wenn ich diese Frage in Seminaren stelle, dann melden sich tendenziell viel häufiger die Frauen, die das Gefühl haben, in der letzten Zeit sich unsicherer gefühlt zu haben als Männer. Und das liegt unter anderem, hängt damit zusammen, dass Frauen diese Gebärmutter in sich haben und einfach ein neues Leben durch sie aus dem Paralleluniversum eine Seele sich ins Physische inkarniert und durch sie geboren wird. Es ist generell faszinierend zu fragen, wie können die Frauen denn, wenn sie diese permanente Unsicherheit in sich haben, nicht ständig durchdrehen und nicht permanent mit einer Waffe durch die Gegend laufen, sondern werden sehr häufig zu wunderschönen, tollen, liebevollen Mamas, zu starken, behütenden Partnerinnen, ja, Ehefrauen, die die Familien zusammenhalten, die ihr Herz, ihre Liebe an die Liebsten, an die Familie zusammen schaffen, diese Familie zusammenzuhalten und diese zusammenzubringen. Ja, das heißt, wenn du dir als einen Mann vorstellst und lieber Männer genau zuhören, du bist mit einem Portal zu einem anderen Universum in deinem Bauch verbunden, ja, du verstehst diese Gesetze nicht, du weißt nicht, wie sie wirken, du kannst sie auch nicht kontrollieren, ja, und du merkst nur, dass die ganze Zeit aus deiner Gebärmutter eine bestimmte Energie rausschießt, die du überhaupt nicht steuern kannst, ja, dieses andere Tor zu einer anderen Welt, von der du nichts verstehst. Wie würdest du dich als Mann fühlen? Und die meisten würden sagen, naja, das ist wahrscheinlich so etwas wie ein Albtraum, wenn ich so etwas einmal habe, in der Nacht, dann am nächsten Tag erzähle ich es meinen Kumpels und dann gegen abends ist das beim Feierabendbier vergessen. Liebe Männer, genau so fühlen sich die Frauen dauerhaft. Dieses Gefühl von permanent, da ist irgendetwas in mir und dieses Ungleichgewicht, dieses Chaos und ich kann es nicht deuten. Übrigens, Chaos ist es ja nur so lange, wir das nicht verstehen, ja, also Chaos ist eine höhere Ordnung, die du aktuell nicht verstehst. Das ist Chaos. So, und das ist gepaart mit diesen ganzen Hormonen, die noch mit dazukommen, mit diesem Hauptorgan namens Gebärmutter entsteht bei den Frauen natürlich durch dieses Chaos die Sehnsucht nach Sicherheit. Und jetzt eine Million Euro Frage hinterher, wie bekommst du denn als Frau diese Sicherheit in dir? Liebe Ladies, wie bekommt ihr die Sicherheit in euch? Und die Antwort lautet meistens, entweder du hinterfragst dich aus der höheren Perspektive, okay, wozu könnte das Ganze auf der Seelenebene gemeint sein, ja, dass ich jetzt gerade dieses Problem habe oder das mit meinem Partner gerade, dass diese Auseinandersetzung ist, oder aber du gehst in die Mainstream-Falle und was ist die Mainstream-Falle, um mehr Sicherheit als Frau zu bekommen? Was kannst du dann tun? Du fängst an zu kontrollieren und das ist eine Falle, in die würde ich sagen 60, 70, 80 Prozent der Frauen geraten, die sich nicht mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Spiritualität, mit Bewusstsein auseinandersetzen. Und weißt du was? Das ist sogar der bequemste Weg für Frauen. Und diese Kontrolle, die üben sie in ihrem Feld, in ihren Familien aus. Das ist eine verheiratete Frau, die jetzt vielleicht zwei Jungs hat, ja, zwei Söhne, vielleicht ihren Ehemann. Sie drückt diese Kontrolle den eigenen Jungs entgegen, indem sie den Kindern sagt, sei brav, sei lieb, probiere das nicht, das ist gefährlich, probiere es das gar nicht, dann leg die Streichhölzer weg. Nee, auf die Baustelle möchte ich nicht mehr, dass du da hingehst, weil letztes Mal hast du dir irgendwas aufgekratzt am Knie, ja, und ich möchte nicht, dass es dir wieder passiert. Oder aber die Frau übt diese Kontrolle bezüglich ihrem eigenen Ehemann oder Partner aus, ja, indem sie zu ihm sagt, mach keine gefährlichen Hobbys oder pass auf, ich möchte nicht, dass du mit diesen attraktiven Kollegen da häufiger in Kontakt bist oder benimm dich nicht so peinlich in der Öffentlichkeit, ja, und das ist auch eine Möglichkeit, den eigenen Partner bewusst oder unbewusst zu dressieren oder zu kontrollieren. Und liebe Frauen, und das ist das Muster, was ich sehr, sehr häufig schon in unterschiedlichen Beziehungen, in Pärchen, in Paaren, in Coachings, in Seminaren immer wieder beobachtet habe, eine Frau muss nicht einmal etwas Praktisches tun, um Kontrolle auf ihre Kinder, Jungs auszuüben oder auf ihren Partner, sondern es reicht sehr, sehr häufig schon, wenn eine Frau einfach ihr Vertrauen entzieht und auf unbewusster Ebene dem Mann durch ihren Blick, durch die Art und Weise, wie sie ihm begegnet ist, Vertrauen entzieht und ihm das Gefühl gibt, du schaffst es eh nicht, du bist nicht stark genug, ja. Also einfach nur dieses unbewusste Vertrauen entziehen, weil du an deinen Partner denkst, ach, der kriegt eh nichts hin, ja. Indem du zu deinem Mann sagst, brauchst du nicht oder es ist nicht unbedingt deins oder probierst es gar nicht und auf unbewusster Ebene passiert jetzt wahnsinnig viel. diese Frau, die offiziell kann sie sich das verkaufen wie, naja, ich mache mir Sorgen um die Kinder, ich mache mir Sorgen um meinen eigenen Partner, ich möchte, dass es allen gut geht und das ist die offizielle bequeme Version, wenn du nicht als Frau reflektiert bist, die du dir selber vorgaukeln kannst, weil eine Frau wird immer tausend Wege finden, sich das logisch zu erklären. Jetzt kommt aber aus meiner Sicht eine unbequeme Perspektive, die jetzt vielleicht vielen Frauen nicht schmecken wird, ja, aber ich bin der Meinung, dass es wichtig, dass es in die Welt rausgeht. Wem dienst du denn, wenn du deinen Liebsten, deinen Partner, deinen Kindern, deinen Jungs, deinen Söhnen unbewusstes Vertrauen entziehst? Und jetzt kommt eine hammerharte Antwort. Dem Liebevollen, dem Lichtvollen oder dem Unliebevollen oder dem Unlichtvollen? Und die Antwort lautet dem Unlichtvollen. Weil was macht denn das Unlicht auf dieser Erde? Es entzieht den Menschen den Glauben an sich selbst. Es entzieht den Menschen die schöpferische Kraft an das eigene Wirken. Ja, indem eine Frau dann sagt zu dem eigenen Partner, oh, weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, lass das lieber sein oder das ist jetzt gefährlich, das kannst du jetzt nicht bringen, bitte hör auf damit. Ja, und in dem Augenblick, wenn eine Frau nicht reflektiert, was sie da tagtäglich an Botschaften, an ihre Männer zu Hause tut, dient sie dem Unlicht, ohne dass sie es überhaupt sich bewusst gemacht hat. Ja, das heißt, so bequem, so bekommt eine unbewusste Frau mehr Sicherheit, ja, aber kastriert gleichzeitig den eigenen Mann, indem sie dem Unlicht dient. Und das ist so viel bequemer, ja, weil auf bewusster Ebene nochmal sagt sie, ich mache mir Sorgen, ich möchte, dass dir nichts passiert, ob es dem eigenen Kind oder dem eigenen Partner, aber in Wirklichkeit dienst du damit dem Unlicht. Und sehr, so häufig dient die Frau auch dem Unlicht, indem sie sich selber permanent angreift. Liebe Ladies, kennt ihr dieses, diesen Satz in deinem Kopf, ach Gott, ich war so bescheuert oder ich war so dumm, oh, wie konnte ich nur so dämlich sein? So einen Satz haben Männer sehr, sehr selten in ihrem Kopf, nicht weil sie weniger reflektieren, sondern einfach nur, weil es etwas gibt da draußen in dieser Welt, es gibt die beiden Pole, Licht und Unlicht, das Unlichtvolle in dir wirkt. Und die größte Möglichkeit, wie es dich beeinflussen kann, ist, wenn es dich dort anpackt an der Wurzel, wo du am meisten, am verwundensten bist und das ist diese innere Unsicherheit, dieses Chaos, was durch die Gebärmutter hervorgerufen wird, bei jeder Frau, im Grunde genommen, je älter sie wird und in dem Augenblick, wenn sie die Fähigkeit hat, schwanger zu werden, ab diesem Zeitpunkt ist es umso intensiver. Und das ist auch einer der Gründe, warum sehr so oft Frauen sich Bad Boys suchen, weil dann kann sie auf der unbewussten Ebene sagen, dann bin ich ja auf der Gegenseite eine gute Frau und dann kann ich einen Bad Boy, diese Polarität wird wieder hergestellt, dann kann ich diesen Bad Boy reparieren, ich kann diesem Mann helfen, ein besserer Mann zu werden und dabei reparierst du ihn nicht, sondern dabei setzt du dich auf dieses, auf diese positive Seite und sagst unbewusst ich helfe ihm ein besserer Mensch zu werden und die Frage ist, hilfst du einem anderen Menschen wirklich ein besserer Mensch zu werden oder aber mischst du dich in die energetische Signatur, in das Leben, in die schöpferische Fähigkeit einer anderen Seele und jetzt haben wir theoretisch über diese ganzen Dinge gesprochen und meine Einladung an dich ist, das Ganze mal praktisch zu üben oder eine Frage praktisch zu testen und ich stelle jetzt einfach mal ein paar Fragen und du fühlst mal oder reflektierst, egal ob du aktuell Single bist oder in einer Beziehung, wenn du Single bist, denk mal an deine letzte Beziehung, ob einer dieser Punkte auf dich zutreffen bezüglich dessen, ob du dem lichtvollen oder dem unlichtvollen dienst. Frage Nummer 1, sprichst du mit deinen Freundinnen, mit deinen Kolleginnen oder mit deiner Mutter über deinen eigenen Partner? Machst du das? und wenn ja, wie? Frage Nummer 2, lachst du oder machst dich manchmal lustig über seine Hobbys beziehungsweise entziehst dem Mann den Support für das, was er in seiner Freizeit tut? Egal, ob er irgendwelche gefährlichen Sportarten tut, egal, ob er seine Playstation spielt, egal, ob er etwas tut, was du denkst, oh Gott, das sollte ein Mann jetzt mit 30, 40, 50 irgendwie sich Besseres was suchen und aufhören mit diesem ganzen Quatsch. Wenn du das tust, dienst du dem Unlicht, weil du unterdrückst die schöpferische Fähigkeiten in deinem Gegenüber. Du entziehst dem anderen Menschen das Licht, indem du ihn eindunkelst. Frage Nummer 3, diskutierst du mit deinem Partner oder deinem Ex-Partner, ob er den richtigen Job gewählt hat? Ja, nächste Frage, sprichst du mit deinem Partner möglicherweise über seine körperlichen Nachteile? Ja, oh, deine Haare sind jetzt aber dünner, nicht so wie vorher oder hast du Bauch bekommen oder früher warst du kräftiger? Und die letzte Frage, vergleichst du deinen Partner, liebe Frau, vergleichst du deinen Partner häufiger mal mit anderen Männern? Egal, ob das irgendein durchtrainierter Hollywoodstar ist, im Film, wenn er zusammen abends auf der Couch sitzt oder ein gemeinsamer Freund der Familie, der vielleicht finanziell besser aufgestellt ist oder der vielleicht sich besser ankleidet oder wie auch immer, egal, ob du eine dieser fünf, sechs Fragen mit Ja beantwortet hast und das komplett unbewusst bei dir tagtäglich abläuft, lade ich dich ein, zu reflektieren, dass du jetzt genau in diesen Augenblicken nicht der Liebe, nicht dem lichtvollen dienst. Warum? Wenn du der Liebe dienst, dann liebst du ja einen Menschen. Und wie? Und die Antwort lautet bedingungslos, ja? Das ist die Sehnsucht, nach der wir uns alle sehnen, bedingungslos geliebt zu werden und gleichzeitig ist bedingungslos ja ein riesengroßes Wort. Und wenn du deinen Partner nicht als einen Gott betrachtest und dein Partner dich genauso als eine Göttin betrachtet, dann entziehst du dieser Beziehung und vor allem deinem Gegenüber konstant das Vertrauen. Und Frauen, ganz wichtig, das bedeutet nicht, dass du im Umkehrschluss deinem Partner ständig sagen musst, ey, du bist da toll, du bist der beste Macker im Bett, im Business als Partner überhaupt nicht, sondern einfach nur in deinem Inneren bewusst dich dafür entscheidest zu sagen, das ist mein Mann, egal ob ihr verheiratet seid oder nicht, das ist mein Mann und der ist toll. Frage, wird es sein Unbewusstes, sein Unterbewusstsein spüren, wenn du zu ihm stehst, ja oder nein? Natürlich. Und das ist so wichtig, dass so viele Frauen nicht verstehen, wenn du eine Frau fragst, was ist das wichtigste für einen Partner in eine Beziehung? Was ist das wichtigste für einen Mann in eine Beziehung? Ladies, was denkt ihr? Die ersten schreiben Sex, einige sagen, dass wir uns lieben, dass wir uns gut verstehen. Der Hauptgrund, warum ein Mann eine Frau wirklich zu Frauen nimmt, ist nicht, weil er sie primär sexuell begehrt, weil er mit ihr Abenteuer reisen unternehmen kann, oder weil die sich unglaublich stark fair liebt haben, verlieben, verlaufen, genau die gleiche Geschichte, verlieben ist ja alles nur hormongesteuert, sondern der Hauptgrund, warum ein Mann eine Frau wirklich heiratet und zu seiner Frau nimmt, ist, dass sie ihm inneren Frieden schenkt. Warum? Schau mal, wenn du als Frau auf eine Insel kommst und auf dieser Insel sind, sagen wir mal, 50 verschiedene Männer, für welchen einen Mann wirst du dich tendenziell entscheiden auf dieser Ein Insel? Ja, für denjenigen, der am liebevollsten, am klügsten, am stärksten ist, derjenige, der unter den anderen Männern, vorausgesetzt, der will dich auch, die dollste Nummer ist, also der, der am meisten aus sich gemacht hat, am meisten sich entwickelt hat. Einverstanden? Und das heißt, in dem Augenblick, wenn du dich für einen Mann entscheidest und der macht auch etwas aus seinem Leben, dann muss er sich im Außen, im Beruflichen behaupten, das heißt, er muss sich gegen andere Mitmänner, Mitstreiter im Markt irgendwie, das heißt, jetzt nicht im Ego-Ellbogen-Prinzip durchsetzen, sondern er muss fleißiger sein, das heißt, er ist häufiger unter Stresssituationen, wenn er im beruflichen oder in seinem äußeren Leben, was die ganze Welt von diesem Mann sieht, im Außen leistet, damit er entsprechend erfolgreicher ist und dadurch auch mehr Einkommen in die Familie reinkommt und die Familie insgesamt mehr Möglichkeiten hat. Bedeutet, wenn der Mann jetzt nach Hause kommt, nachdem er im Außen sich dem stressvollen Wettbewerb gestellt hat, wonach sehnt er denn jetzt sich auf der polaren Ebene am allermeisten weiteren Stress, nach Hause kommen und dass die eigene Partnerin dann sagt, du hast die nicht mehr alle, du hast den Müll vergessen oder warum hast du den Pfand nicht abgegeben, das heißt, er hat sofort wieder Stresshormone und das heißt, wenn jemand dauerhaft und das ist das, was die Forschung beweist, dass man in einer Konfliktsituation mit der Frau sehr, sehr oft mauert und dann gar nichts mehr sagt, nur noch gesenkt einen Blick auf den Boden hat und liebe Frauen, das ist saugefährlich, wenn dein Mann, dein Partner nicht mehr kommuniziert, dann nicht noch emotional draufdrücken und sagen, jetzt rede endlich, sondern werde dir zunächst einmal deines Unbewusstseins bewusst und frage dich, wem diene ich jetzt gerade durch dieses Gespräch, durch dieses Aneinanderhacken und dann versuchen, ihn aus der Ecke heraus irgendwie zur Wahrheit zu bewegen, sondern da sich wirklich die Frage zu stellen, ist das gerade liebevoll, was hier zwischen uns passiert, okay, das heißt, ein Mann heiratet tendenziell eine Frau, die ihm den höchsten Frieden in seinem Zuhause schenkt, mit den Kindern, mit der liebevolle, respektvolle, wertschätzende Kommunikation und das Gefühl hat, gemeinsam wachsen zu dürfen, auch mal Ruhe zu haben, wenn ihr gerade von früher in der Evolution, Mammutjagen heute in unserer heutigen Zeit draußen sich gegen andere Männer durchsetzt. Und jetzt kommt sehr, sehr häufig dieser Punkt, dass wenn eine Frau sich nicht hinter ihrem Mann, nicht, dass sie ihm tagtäglich sagt, du bist der Beste, du bist der Tollste, sondern sich im Inneren nicht für diesen Mann entscheidet, dass sie ihm auf unbewusster Ebene Vertrauen entzieht, und das spürt der Mann ganz genau, indem die Frau ihn einfach nur wenig respektvoll anschaut, indem sie ihm einen Blick zuwirft von, du warst auch schon mal knackiger, indem sie nicht dieses liebevolle ihm gegenüber hat, sondern der Mann spürt auch von bewusster eben, auch wenn Frauen feinere Antennen in der Kommunikation haben, aber ein Mann spürt auch ganz genau, dass die Frau ihm das Vertrauen entzieht. So, und wenn jetzt eine Frau sich nicht dafür entscheidet, mit diesem aber gleichzeitig ihm Vertrauen entzieht, dann ist es die größte Folter, für sie und für ihn. Warum für sie? Sie verliert die ganze Zeit Energie, ist permanent in diesem kritischen Modus, hat die ganze Zeit das Gefühl, weil sie in ihrer Gebärmutter dieses Portal seiner anderen Welt hat, boah ey, ich bin so unausgeglichen, ja, und dann hackt sie dann an ihrem eigenen Partner rum, statt sich einmal die Frage zu stellen, hey, was passiert hier gerade, wem diene ich, baue ich gemeinsam jetzt liebevoll in dieser Beziehung etwas auf, oder sage ich die ganze Zeit, was mit meinem Partner nicht stimmt. Und jetzt kommt ein Begriff, der in den letzten, würde ich sagen, 20, 30 Jahren massiv zugenommen hat, und das ist Hypergamie. Und die Frage ist, was heißt Hypergamie? Das ist nichts anderes, wie wenn du einen Partner suchst, der sozial stärker aufgestellt ist, und nachdem du das Gefühl hast, wenn du in einer Partnerschaft gerade bist mit einem Mann und du merkst, der pennt, der ist nicht so spirituell wie du, der kümmert sich nicht so gut um sich selber, der ist ein guter Mann gewesen, aber du hast dich als weiterentwickelt und jetzt spürst dein Partner unbewusst, dass du das Vertrauen entziehst, aber ihr bleibt dennoch zusammen und jetzt lernst du auf der Arbeit irgendeinen anderen Mann kennen und du merkst, der flirtet mit dir, du merkst, der ist an dir interessiert, du bist an ihm interessiert, was machen jetzt die meisten Frauen, bevor sie den alten Partner verlassen? Sie sorgen dafür und liebe Ladies, das ist wirklich wahr, das Verhalten habe ich jetzt selber in meinem Leben beobachtet, ich mache ja viele Seminare und manchmal bin ich aus Seminaren rausgegangen, da waren verheiratete Blicke oder beim Interviews im Anschluss nach dem Seminar, also kurze Fragen beantworten oder Bücher signieren, da waren Frauen, die werfen mir Blicke zu, mit Eheringen im Sinne von, wenn du mich nimmst, ich bin bereit, das ist genau das, was Hypergamie bedeutet, ich weiß, ich mache mich gerade nicht besonders beliebt, aber das ist das Muster, was bei Frauen sehr häufig zum Tragen kommt, weil aus der Evolution will eine Frau sich entwickeln, sie möchte wachsen, sie möchte besser werden, und das heißt, weil aber eine Frau auf Sicherheit steht, du kannst ja schlecht als Frau, damals in der Evolution mit zwei Kindern alleine, ohne einen Partner, da hast du nicht lange überlebt, stellt die Frau erst eine Sicherheit her, indem sie mit dem neuen Arbeitskollegen auf der Arbeit so lange geflirtet und datet, bis es dann derart anziehend ist und sie das Gefühl hat, der nimmt mich, und sofort im nächsten Moment verlässt sie den eigenen Partner und sattelt somit eine Etage höher, weil die sagt, jetzt habe ich einen besseren Partner. Männer sind zu doof für Hypergamie, das ist eher ein Verhalten, was sehr so oft im Weiblichen ich selbst gesehen habe, bei zahlreichen Klienten erlebt habe, und das ist auch nicht etwas, was deine Beziehung, deiner jetzigen Beziehung dient, sondern das ist etwas, was deine Beziehung komplett den Nährboden, das Vertrauen entzieht. und ich frage immer wieder befreundete Frauen in meinem Umfeld, die sehr oft mit ihren Freundinnen sprechen, was würdest du schätzen, von all deinen Freundinnen, die aktuell vergeben sind, wie viele von denen, und die Frage kann ich auch hier gleich stellen, wenn du mal an die Gespräche mit deinen Freundinnen denkst, wie viele von deinen vergebenen Freundinnen würden sofort wechseln, wenn jetzt ein besserer Mann kommen würde. Und das Verrückte ist, ich bekomme so Zahlen wie zwischen 50, 60, 70 bis an die 90 Prozent alle Frauen sagen mir Frauen, meine Freundinnen würden sofort wechseln, wenn jetzt ein besserer, ein bewussterer, ein liebevollerer, ein besserverdienender, ein spiritueller Mann kommen würde, der einfach einen höheren Status oder eine höhere Persönlichkeit einnimmt als ihr Alter. Und dann denke ich mir, warum trennt man sich da nicht gleich vorher, sondern sehnt sich erst nach dieser feigen Sicherheit mit diesem einen neuen Partner, bevor ich den alten verlasse. Und das ist auch, was die Evolution oder die Forschung belegt. Selbst wenn eine Frau fremd geht, dann möchte sie dort Sicherheit. Ja, bei Männern ist es umgekehrt. Wenn ein Mann fremd geht, dann möchte er tendenziell Exzesse, Ekstase, Nervenkitzel, etwas Neues erleben, wenn eine Frau fremd geht, dann geht sie tendenziell mit dem Nachbar fremd, den sie häufiger sieht, zu dem sie Vertrauen aufgebaut hat, oder mit dem Tennis Lehrer oder einem Arbeitskollegen, weil dort ist eine Vertrauensebene entstanden, damit sie dieses Chaos der Unsicherheit durch die Gebärmutter nochmals hervorgerufen, portal zur anderen Welt wieder stopfen und heilen kann. Und das heißt, die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wie möchtest du als Frau in einer Beziehung sein? Möchtest du als Götter, also du als Frau Göttin, dein Partner Gott leben, oder möchtest du als Tiere neben deinem Partner vegetieren und irgendwie miteinander in Konflikte, Streitereien, Energie sich entziehen? Möchtest du der Liebe dienen oder dem Unlichtvollen? Ja, und jetzt könnten einige Frauen sagen, naja, Maxim, du kennst meinen Partner nicht, wenn der die ganze Zeit noch voll auf der Couch rumliegt, Playstation spielt, Bauch bekommen hat, nichts aus seinem Leben macht, sich arbeitslos gemeldet hat, wie soll ich da zu ihm stehen, wie soll ich da an ihn glauben? Dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder du sprichst mit ihm liebevoll und fragst ihn, nicht ich möchte, dass du arbeitest, nicht ich möchte, dass du abnimmst, nicht ich möchte, dass du Playstation aufhörst, sondern fragst ihn, Liebster, als wir uns kennengelernt haben, erinnere ich mich daran, dass du das und das getan hast, also beschreibe sein Verhalten, nicht bewerten, ja, beschreibe sein Verhalten und jetzt habe ich das, jetzt frage ich mich, ob du aktuell dich wirklich in deiner größten, in deiner absoluten Größe zeigst, mach ihm liebevolle Einladung, diesen Mann, so dass er spürt, dass er nicht entwertet wird, dass das Vertrauen immer noch da ist und frage ihn, ob das, was er aktuell in seinem Leben tut oder machen möchte, ob er das wirklich fühlt oder ob er sich vielleicht einfach langweilt, vielleicht ist manchmal irgendjemand in der Familie gestorben, ja, dass da auch manchmal Männer dann wegdriften und dann das Gefühl haben, irgendwie die Zügel loszulassen, weil du plötzlich in Anbetracht des Todes von einem nahen Menschen das Gefühl hast, wozu das Ganze, wozu den ganzen Quatsch, gibt es ja diesen einen Satz, alles was wir tun, ist letzten Endes unwichtig, aber es ist wichtig, dass du es trotzdem tust. Oder Alternativer Nummer zwei, wenn du dich nicht für diesen Mann entscheidest und liebevoll ihm Einladung machst, ohne auf ihn rumzuhacken, dann verlasse die Beziehung, dann ist es einfach nicht mehr dein Mann, fertig, aber nicht diesen faulen Kompromiss, wir sind zusammen und ich habe keinen besseren und bevor ich alleine bin, dann nörgle ich an ihm rum und dann habe ich wenigstens einen Menschen in meinem Leben. Ich glaube auch sehr sehr viele Menschen, die aus Bedürftigkeit zusammenkommen und auch zusammenbleiben vor allem, nicht nur zusammenkommen, die sind vor allen Dingen Einsamkeit mit einem anderen Menschen zusammen und weißt du warum? Ich glaube viele Menschen, die unbewusst sind, in einer Partnerschaft bleiben, die ungesund ist, weil sie einfach nur Angst haben, dass ihr Leben langsam vergeht und kein einziger anderer Mensch kriegt davon überhaupt eine Notiz mit. So viele Menschen, die nicht in einem erwachten Bewusstsein leben, möchten einen anderen Menschen an ihrer Seite haben, dass da jemand Zeuge wird von dem, was sie erleben. Stell dir vor, du hast auf der Straße 100 Euro gefunden und freust dich wie ein kleines Kind. Dann möchtest du nach dein Kind hat gerade im Sport oder in der Mathematik eine schwere Klausur bestanden. Dann möchtest du dich mit deinem Kind freuen und idealerweise nach Hause kommen und das mit deinem Liebsten teilen. Das ist geteiltes Leid, geteilte Freude, ist immer ein halbes Leid, ist geteiltes Leid und doppelte Freude, geteilte Freude. Und das ist einer der Gründe, warum unbewusste Menschen in Beziehungen, in Partnerschaft gehen, weil sie die ganze Zeit sagen, gib mir, gib mir, gib mir. Und das ist Einladung an dich, liebe Frau, hinterfrage deine Momente, in denen du das Gefühl hast, hey, ich bin schon wieder am bestrafen, bewerten oder dressieren oder mach mich lustig oder unbewusst bezüglich meines Partners und diene gerade wirklich dem Unlichtvollen. Das ist nämlich aus meiner Sicht, was ich tief, tief erfahren habe in den letzten Jahren durch diverse Retreats und so weiter, dass das Unlicht durch die Frauen genau dadurch wirken kann, weil es an dieser Gebärmutter ansetzt und diese Unsicherheit der Frau entsprechend dann in dieser Form, in diesem Kanal sich dann ausleben kann. Und das heißt, wenn dein Kind das nächste Mal etwas Gefährliches ausprobieren möchte, dann lass es probieren. Klingt total bescheuert, aber lass es probieren. Wenn dein Mann das nächste Mal einen großen Kredit aufnehmen möchte, damit ihr euch das Haus oder irgendwie ein Business oder sonst was starten möchte, dann rede nicht auf ihn ein, sag nicht, das ist gefährlich, sondern lass es zu. Stehe zu ihm nochmal oder verlasse die Beziehung, aber nicht diesen faulen Kompromiss. Und vielleicht zwei Lösungen. Lösung Nummer eins, das ist die langfristige, komm in dein Urvertrauen. Und das bedeutet, verliebe dich in deinen Seelenplan, indem du verstehst, dass egal was der andere Mensch da draußen gerade tut, die meisten Dinge sowieso vorher schon verabredet worden sind, die jetzt passieren im Grunde genommen gar nichts falsch machen. Es geht nur um Erfahrungen, die du hier auf der Erde sammelst und diese Erfahrungen, die sollten möglichst bewusst wahrgenommen werden und nicht warum ausgerechnet jetzt, wieso jetzt, wieso hier nicht dieses ganze Drama gespielt wird. Das heißt, was kann dir wirklich passieren, wenn du es auf der Seelenebene vorher sowieso schon geplant hast, das, was du jetzt gerade in deine Beziehung erlebst und das heißt, ein starkes Ja zum Menschen und vielleicht so ein entspanntes Ja, egal was im Laufe der Beziehung sich ereignet, zu der Beziehung und nicht das hat auf keinen Fall zu sein, das gibt es bei mir nicht, also dieses Nein, 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 rauskommen von diesem, wie etwas zu sein hat, sondern ich verstehe zwar nicht, was jetzt gerade passiert, aber ich öffne mich dem nicht wissen und erlaube einfach nur auf der Seelenebene das, was wir vorher verabredet haben, jetzt auch als Menschen praktisch zu erfahren und eine kurzfristige Strategie, wenn du jetzt wieder merkst, dass du in diesem Rumhaken bist, dass du wieder dem unlichtvollen Dienst als haben und haben erzählt dann, also es gab immer zwei Tage Seminar früher, Maxim, mir ist total bewusst jetzt durch die Studien, die du jetzt gerade erzählt hast, also ich habe jetzt gerade keine Studien erzählt, aber in Seminaren, dass ich die ganze Zeit unsere Beziehung sabotiere und im Grunde genommen jetzt schon klar ist, in den nächsten fünf bis zehn Jahren werden wir auseinander gehen, weil da einfach keine liebevolle, wertschätzende, respektvolle Freundschaft zwischen diesen beiden Menschen, zwischen diesen beiden Seelen ist. Und das heißt kurzfristig, langfristig habe mehr Vertrauen in dich, in deine Beziehung, in deinen Partner. Ja ist ein Ja und kurzfristig, wenn du merkst, dass dieser Ratio sich wieder meldet, dass du dann sagst, Stopp, ich bin die Sklave meiner Gedanken, ich muss nicht die ganze Zeit meinen Partner mit anderen bewerten wie könnte seine Perspektive jetzt in diesem Augenblick sein? Was würde ein neutraler Beobachter, wenn du wieder merkst, als Frau, du bist in deinen emotionalen und du möchtest einfach nur gerade deine Unsicherheit, dein Chaos in dir loswerden, frage dich, was würde jetzt ein neutraler Zeitungsreporter, der jetzt zwischen uns beiden hier im Raum anwesend wäre, der würde diese Situation jetzt betrachten, was würde er über diese Situation jetzt beschreiben, damit du dich nicht in deine Emotionen derart auflädst und dann alles emotional deinem Partner entgegenschießt, gepaart inklusive noch Hormone, die immer wieder im Monat mehrmals kommen und dann hinterher die Beziehung sich entzweit und Zweifel, Zweifel, aber Einsicht und das heißt häufiger reflektieren, häufiger sich die Frage zu stellen, worum geht es hier gerade wirklich und dir die Frage zu stellen, diene ich gerade dem lichtvollen oder diene ich gerade dem unlichtvollen jetzt in diesem Moment. Wie hat dir die neueste Folge gefallen? Teile einfach deine Meinung in den Kommentaren und wenn du Lust hast mal richtig durch zu starten, so findest du in unserem Podcast Die Köpfe der Genies über 500 praktische Folgen von den führenden Experten weltweit einfach hier anklicken und durch starten. Bis zum nächsten Mal.